Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ein Mann. Meine Mutter hat gesagt, alle Männer sind Schweine. Nein, meine Mutter hat gesagt, nehmt ihr bloß die schönste Frau. Hopp, hopp, verschüchtert. Ich kniehe nieder. Oh Gott. Und ich küsse sie. Ach, wie schön. Ach, wie schön in meine Hand. Ja, die Hand. Und da kommt die Mögelchen. Hallo, ihr zwei. Ihr seid wunderbar. Ihr zwei. Und schau. Flieg, Vögelchen. Flieg, Vögelchen. Vögelchen ist geflogen. Oh Gott. Wir sind hier. Bleib bei mir. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir nicht sagen. Nicht gehen, nicht gehen. Ich kann es dir nicht sagen. Komm zurück, du Dingo. Ach. Ach, noch eine letzte Mami. Und nun an die. Und ein Kuss. Mwah. 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 Ach, meine Liebte. Beziehungsweise, ich brauche ihn ja jetzt neu am Anfang. Sprich, dann würde ich ihn lieber da nicht in den Weg legen. Okay. Das haben wir ja geändert. Das passt perfekt genau dazwischen. Das ist Moor. Lüdi lege ich mal hier unten hin. Ich glaube, so rum ist besser. Du wolltest es immer so, ne? Ja, aber ich, hier. Sollte ich mal hinkucken, weil ich hatte es beim letzten Mal ganz schnell hingekriegt. Jetzt gibt mir noch eine Chance, kurz. Gut. Naja, das muss man, das darf nicht sein hier. Ja, ja. So ist gut. Es kommt zuerst das Vögelchen. Ne. Ah, das Vögelchen kommt. Okay, ich weiß es wieder. Muss ich da irgendwas machen hier, ne? Das Vögelchen kommt, wenn die beiden sich die Hand geben, beim Handkuss. Beim Handkuss. Männer kommen, dass man einmal die Welt sieht, aber dass es vorher eigentlich noch mehr knödelt. Ja. Das fände ich irgendwie schön. Das ist sowas geknödelt. Das finde ich total schön. Und wenn es sich auch bewegt und so. Und dann gibt es einmal so einen ruhigen Moment, wo die Welt erscheint und da in diese Welt erscheint dann. Erscheint der Mann. Ja, ja. Ich weiß es noch nicht immer genau. Also ich versuche es immer so zu halten, wie ich vorher dachte, dass es verknödelt ist. Und dann kommt es ran und das ist nicht verknödelt. Ach so, ja. Es ist schon alles drin. Jetzt kommt gleich dein Auftritt. Sie geht und es träumt noch. Ich träume. Ach, ist er so wunderbar. Er ist so ein toller Mann. Ja, vorsichtig, dass du nicht zunahst. Ja, weil du zu lange gebraucht hast. Du musst ja irgendwas machen. Du kannst ja auch im Stehensinn hier. Ach. Ach, da ist meine Wunderbar. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich habe eine schöne Rose. Ich hasse ihn. Ja. So, jetzt schau mal. Ich hasse ihn. Ah, ich bin stolz. Deine Rose für dich. Auf der Gegenbewegung runter, kurz runter. Shut up. Da hast du deine Rose. Jetzt guck mal, was ich mache. Hurrapp und tschak. 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 Tschak, 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 tschak. Tadam. Gucken. Gucken. Hör. Nervöses Monockelgezuckl. Von dir, da gehe ich überhaupt nichts wohin. Also, das ist doch... Julia. Das ist auch für mich so die Ellbogen. Ah ja, das ist gut, ja. Nichts mache ich. Du kommst mit. Du kommst mit. Ah, da. Nein. Du bist mir versprochen. Ich habe mit deiner Mutter alles geklärt. Los. Ich will nicht. Ich will nicht. Du wirst mich heiraten, ob du willst oder nicht. Komm jetzt. Ich will nicht. Du musst ein bisschen mitkommen, weil sonst geht der Start kaputt. So. 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 Schuppe. 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 Ab zu ihm. Und. Uh. Uh. So. Johann. Oh nein. Ich heule. Ich bin in Gefühlschaos. Oh nein. Nein. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ach. Das ist der arme Mann. Ah. Der arme Mann. Guck mal. Guck. Nein. Guck. Johann. Johann. Vögelchen. Hol mich ab. Hast du eine Nachricht für mich? Ich habe eine Nachricht. Setz dich. Hopp. Schönes. Schau mal. Wirf mich mal. Gegen mich runter. Nein. Und zwar. Hopp. Juhu. Ja. Johann. Der Karnbaby. Vögel. Deine Lüdi. Was? Ja. Hopp. Juhu. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Und du bist allein. Allein. Nein, ich kann es nicht. Na? Ja, hier bin ich. Baby, wo ist der Carnivicker? Mit nur einem? Mit einem Bein. Mit nur einem Bein? Ich will dich doch mit einem Bein hier. Ich bin nicht ins Haus. Hier bin ich hinterher. Jetzt dreh ich mich um. Ah! Nein, da ist keiner. Wenn ich die Knarre präpariert habe. Präpariert habe. Das so hinlegen? Ja. Dann muss ich das so in die Hand nehmen. Es ist so spannend. Der Western. Jetzt kommt es gleich. Hoch. Du bist der erste. Und ich schieße nach oben. Was ist los? Hallo. Wie? Carnivicker. Ich hab nicht. Ich hab doch gar nicht. Oh mein Gott. Was ist passiert? Carnivicker. Carnivicker. Was ist los? Oh Gott, wer bist denn du? Oh Gott, wer bist denn du? Oh Gott, da ist jemand. Was willst du denn? Dass du dich warst? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. O Gott. Wetter leuchtet. Es sollte heute was zu sehen sein, weil gerade Sonnensturm ist. Sonnensturm? Ja. Wenn das Land nähert, kommen die Vögel hier. Tja, was macht sie jetzt damit? Ans Herzen. Ja, du darfst ihn halt nicht so weit an die Leinwand halten. Nicht zu nah. Naja, aber er muss nah sein, weil hier ist sonst kein Licht mehr. Ja, aber du siehst ja schon den Schatten. Ich sehe gerade überhaupt keinen Schatten und ich gehe nicht davon aus, dass das Publikum ihn als Johann erkennt. So, und jetzt aber hat sie das Gefühl, er könnte... Ja, und jetzt sollte man größer werden. Jawohl, 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 das ist super. So, ich verrate dir nicht, wie ich es gemacht habe. Ich weiß, wie du es gemacht hast. So wollte ich von Anfang an, du fliegst hier rein und dann fliegst du hier zurück. So habe ich es von Anfang an gemeint. Zweites Bein ist ab. Es ist ärgerlich. Oder du fliegst hier rein und dann fliegst du hier durch. Jetzt fliegen wir gar nicht mehr, weil der Stab kommt. Aber so machen wir es. So ist das Ende. Fertig, wir gehen nach Hause. Tschüss. So ist das Ende. So ist das Ende. So ist das Ende. So ist das Ende. Also gut. Das ist ganz toll. Ja, das ist das 5. Theater, ich sag's dir. Mach noch mal. Ganz gross, ganz gross, ganz gross.